Jetzt nochmal herzlich willkommen an alle, die jetzt noch dazugekommen sind und die jetzt alle hier sind. Wir sind richtig viele und das ist großartig. Zu diesem Tag heute hier gemeinsam das Abschaltfest zu feiern, ist einfach spitze. Es gibt danach zwar noch einiges zu tun, aber jetzt ist erstmal gut, dass die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland heute abgeschaltet werden. Und es ist auch gut, dass wir heute genau hier an diesem Platz feiern können, wie gewohnt, denn das war die letzten Tage ein übles Hin und Her, ein elendiges Hickhack. Darüber erspare ich euch die Details. Und jetzt möchte ich das Wort an, nein Quatsch, jetzt folgt gleich unsere Aktion Stecker ziehen. Dafür würden wir uns freuen, wenn, nein runterzählen, auch noch, genau, runterzählen und dann Stecker ziehen. Dafür würde ich mich freuen, wenn einfach gerne noch mehr Menschen nach vorne kommen würden, um das hier einfach nochmal besser mit anschauen zu können. Die Presse tummelt sich hier schon, aber da ist noch Platz auch für Menschen, die da schauen wollen. Gut. Ich übergebe das Wort an Stefan Mende, der jetzt das Runterzählen moderieren wird. Hallo, ich grüße euch. Wir haben einen Countdown vor. Und ich sehe da viele nette Menschen, die sich wegen Corona schon lange nicht mehr umarmt haben. Am Ende unserer Sprüche, am Ende unseres Countdowns dürft ihr euch umarmen. Ihr dürft jubeln. Die Stuttgart 21 Gegner kennen vielleicht den Schwabenstreich. Eine Minute lang Höllenlärm. Wir machen eine Minute lang Himmelsjubel. Der Schwabenjubel. Alle bereit hinter mir? Ja. Beim Wort abschalten dürft ihr mitrufen. Es kommt eine kurze Vormusik, bitteschön, die Band. Zehn! Neun! Acht! Sieben! 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abschalten, abschalten, AKW ISA 2, abschalten, AKW ISA 2, abschalten, AKW Lingen, abschalten, AKW Lingen, abschalten, AKW Neckarwestheim 2, abschalten, abschalten, AKW Lingen, 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 absch